noch mal war wintersport wenn die frostigen hindernisse und renne zur zielinie also ich habe mir schon den trailer angeschaut und ein paar stages haben es echt in sich und voll vom wind irgendwie nein noch mal kann oder rechts okay das ist ein bisschen einfacher hier jetzt aber ganz schön ab gott du bist da ganz wie kommt man in der ruf da ist wind das sehe ich jetzt erst mal warum ist ein bilder ja ich habe es geschossen ausgeschrieben kann sich doch nicht allein lassen ich habe zwar die stages gesehen ich die hinbekommen ist natürlich kann es muss ja echt sein ja du musst halt andere auch noch mal ja ich muss stehen 1 von 15 was bedeutet 28 in der mitte ja ich glaube ich glaube jetzt mal wenn du nicht in ringen gehst dann bekommst du einen punkt oder so da kannst du ja noch schaffen eigentlich wenn man die kleine der ist ja so mehr punkte und der deine mitte gibt bestimmt voll viel oder so da kommt so direkt durch ach so ich kann ja noch den weltsprung noch nicht mehr links stand auch punkte springen durch die löcher guter staat ich bin schon beim ersten dingen ausgeschrieben level up errollt mich da hoch danke hier habe ich letztes mal aber ich bin boxer ich weiß wie man soweit einsteckt könnte mich mit soweit nicht kriegen du bist es eigentlich die lese da ist eine volle möhre eingeflogen in die mitte okay war jetzt auch viel einfacher dabei soll man gegen den ventilator machen ich komme da nicht durch das ding zurück geschossen also ich brauche dann gegen halten ja ich halte die ganze zeit dagegen aber jetzt oder ja ja ich bin ausgeschieden ich glaube das ist nicht ein stage ich noch einmal der ganze in der mitte ist dann wenn es automatisch denke ich auch wenn es mal dahin kommen so ist ja nicht daran ich muss doch früher abspringen dann den hedge von sonst vermische ich den ring ja so kommen ja und ja muss aber trotzdem noch weiter ich habe glaube ich sechs punkte dann musst du oder so jetzt kommt wieder da geht durch mann ich bin durch ja ich stimme immer noch mal qualifiziert aber gott sei dank zum ersten mal jetzt du das ist noch mal da wird sich nicht nein 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 da sind die letzten beiden geht aus dem weg leute durch den kleinen durch den großen annehmen da wäre jetzt gar gewesen wenn ich auf dem rückweg noch mal durch eingeflogen wir sind kassiert aber dafür bist du du kriegst bei dem anderen bei den letzten sechs punkte ja erst mal dahin schaffen durch den kleinen genauso vier punkte genau das erstmal vier punkte holsten zum schluss das ist aber so lange aber du hast ein punkt du brauchst beim außen ok hat aber die baupunkte geil ja jetzt musst du die mitte treffen ich habe 16 haben gezeigt mit den anderen spielern ich hatte 16 am ende schön hat man dort ist 16 zum schluss ja bevor das duell das heißt dann ich so gut oh gott das ist eine mini spiel mit der krone ok wird alle außen ok doch gott ich muss von anfang an anfangen geil ja du bist der einzige sagen wir jetzt nicht hier ist ein checkpoint muss man von anfang an ihr schaffen ja voll brutal ich gehe mal außen ich gehe bei ihnen nein auch wenn wir kommen in regelmäßigen abständen ich hoffe nicht dass die wir kommen nee ok ich habe ich das geschafft glaube ich nicht ich habe es so ganz langsam bestimmt du bist du bist du bist noch schauen ist ganz nach oben da musst du dich vom wind nach oben fahren ist dann einfach ist nein wir warten schon welche ernsthaft 3 4 am bahn ja nie mehr geschafft zwei spiele geschaffen ich muss und ich habe strümpfe bekommen und noch ich habe 14 ich bin durch hast du da kommt zwei punkte schaffst du noch wenn die ringe so niedrig sind da brauchst du eigentlich nur ein hecht schon machen ach so da brauche ich gar nicht zu spielen wenn die ein bisschen höher sind jetzt ganz schön hat wenn er irgendwie da in der mitte irgendwie oder unter fällst von anfang an wieder machen ach man kann auch zeitlich sogar muss nicht die mitte nimmt ganz vorsichtig ein riesiger schneeball na ja und hier ist eigentlich auch nicht so schwer wenn man langsam ist aber ich glaube besser ist auch so richtig mittig halten der ist eigentlich auch nicht so schwer das war nicht so schwer eigentlich einfach nur da reinrutschen oder sehr cool aus vollkommen weiß und so goldene handschuhe bekämpfen damit ich die goldenen handschuhe dann bekommen genau mein anscheinend 17 leute finale schnee schieber okay ein team ist das denn schieb euren schweb durch den schnee naja manchmal sind wir nicht sitzen gewesen wir müssen ja bei 17 durch zwei ist schwer und eigentlich nicht eine geradezu müssen so viele dinge treppen wir müssen die dinge alle einsammeln auf dem ball sehr gut in der mitte und jetzt ja sie ist nicht auf platz 2 wir haben wir einen denn schon 50 erwarte jetzt komme ich auch dahin ja weg mit dem ding weg mit dem ding also bei wicker mal unserem ball leute gelb ist weit voraus wir halten uns ja voll fest ist rechte wir kommen gar nicht hier unter zusammen und da ist verlieren wir ach man muss die prozentzahl auf 100 und wir kommen ja nicht mehr dazu weil wir uns die ganze zeit behindern und das ist schlecht aus der rot ist gar keiner ihren behindern wir kommen überhaupt nicht hier was zu machen ja voll und wert und das ding ist so schwer kannst du dich mal weg köpfen ja die ganze zeit am behindern gewesen nicht und sei ja nichts mehr machen wollen wir noch gucken was jetzt kommt ja ich bin auch okay da lasse ich mich auch überrascht irgendwie erreichen auch nicht jetzt wenn die da bleibt wieder schwäger jetzt habe ich wieder keine mal abbekommen du bist auch fünf oder bist du stufe 6 ich bin für mich durch hier gehe ich einfach außen rum aha aha voll einfach was ist ja einfach außen damit ein hellschwung darüber dann kommt sie voll einfach dabei da klappt es natürlich nicht nachher doch nur beim ersten das kommt ja ich war nur ein punkt ich bin drin warum hat er mir den ring an den weißen und und jetzt ein meter ja da komme ich nämlich immer ja ich glaube die glocke also genau ich sprung wo schon wir es schaffen wir sind natürlich gekommen ja man jetzt müsste ich nur noch nötig ja komm oder noch ein punkt kommt ein punkt noch recht sprung nein nicht springen auf jetzt den punkte machen du warst der auswählte ich denke mal ich hab das noch aber auch ins gesicht weil ich habe dann weg gesteckt war ich ein helm schon eigentlich ist es so ein bonus das ist das pinguin patruller sagt dann gibt es sagen du musst den pinguin immer bei dir hat und halte ein pinguin und pink und für ein team zu wie viel gibt es ein außen sind auch noch welche ist ja wunderbar schon meiner finger weg ist doch nur eine reine muss dann immer mit dem was weglaufen nicht aber sind mehrere oder für jedes wort ein ging also für jedes team ein pinguin ist unser finger weg von dem ist unser pinguin mein pinguin weg meiner was nicht beim pinguin ist richtig weg weg meine meine meiner 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 ich habe den ich habe den finger weg das bobby los ein ja du man kann mehr als meine 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 glaubt jetzt ein bisschen aufgeholt meiner nein ok gelb kann ihn ruhig haben so lange blau die mich hat ja nicht so ich habe mich eigentlich am blog man eigentlich egal ob gelb den hat genau genau okay jetzt mal final war dünnes eis natürlich was erbrechen um ich kann aber nicht leben diese plattform die lösen sich dann irgendwann auch 1 2 3 also das heißt du darfst dich nicht lange auf einer plattform auf das wie hexagon ohne fallen genau ich sehe was das ist genau das bricht und einer bricht schon ganz durch da kann es noch ein paar mal draufstehen kann ich so lange löst drei schichten wie sie ist noch bei der oberst woher habe ich gar keine strategie aber das gute ist du kannst von der zweiten schicht noch auf die dritte spinnen lassen loch das ist ja übelst kompliziert ich muss noch jemanden vorbeilaufen wo gerade den runterläuft und dann herr ist das ist natürlich auch noch rutschig hier ne ach so passiert älter schlicht hat 18.000 hat man amt er hätte nicht geschafft hätte doch zum nächsten springen können so wieder keine kohle schneemann kostet ja ein punkt vom level up entfernt ehrlich ein einziger obwohl ich war genau noch richtige anzahl ich glaube 18 da wo ich man so hinten na hoffentlich kommt mit dem pinguin einer ist der meter und einer ist in zwei sind in den ecken da sehe ich gerade ach da also dann haben wir drei insgesamt ok dann schnapp ich mit denen ich gehe auf den ich hatte fest du renn weg rennen jawohl team mitgliedt rennen was sie nicht an aber der eine rennen pinguin weg und ich halte die anderen fest gut nein rettet mich wir wollen mein pinguin die rennen einfach neben vorbei wenn wir gast unser pinguin gut aufreiten mein kamerad naja wir gewinnen auf jeden fall ich komme zu dir ich habe jetzt noch in drei stück wo bist du da renn weg damit das böse ist dass man die kameraschränke ein kollege hat den lust nach 10 punkte die ganze zeit damit weg kann ich habe die anderen von den abgehänden dünnes eis du meintest jetzt kommt nicht gleich aufpassen achten wir machen das gemeinsames klagen ja stimmt das mal passiert man muss ja irgendwie von strategie und so reingeht und dann hast du noch druck am anfang kannst du noch nicht wirklich was machen weil hier noch alles sobald die löcher ja alle sind damit sprich ich möchte ich nicht irgendwie manipulieren ich bin ausgeschieden nein bist du noch ich bin noch jetzt nicht oder fliegt als nächstes raus in der rote ich war auf den der gewonnen hat da kann ich einfach eine ausgelost werden da habe ich glaube ich mehr chance zu gewinnen so 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 so